Bei den Sternen. Nach einer langen Weise liegt der Planet Nexus endlich vor uns. Wir nähern uns dem Elternkomplex. Chembot 1, Chembot 2, seid ihr drauf? Unser Werk auf diesem Planeten ist größer. Es ist von wahrhaften, göttlichem Ausmaß. Wir werden die uralten Geheimnisse von Nexus umlegen. Du hast mal das Gefühl gehabt, dass irgendwas total nicht stimmt? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Bei den Göttern. Du bist wunderschön. Ich werde euch zeigen, was wahre Kraft ist. Schon bald wird alles klar werden. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongonziakon von Infraktor. Und ich bin wieder in Wildstar. Aber Wildstar heißt jetzt Wildstar Reloaded. Und warum tut es das? Warum macht ihr das nur? Weil es jetzt free to play ist. Etwas, was ich will jetzt nicht sagen, ich habe es mir schon fast gedacht. Aber sagen wir es mal so. Die große Ära oder die große Zeit, der bezahlt, das darfst du nicht spielen, MMOs, ist, glaube ich, vorbei. Das kann man eine Zeit lang durchhalten. Das hat das hier gemacht. Das hat hier Elder Scrolls Online gemacht. Das hat Guild Wars 2 gemacht. Aber früher oder später kommt so ein Spiel dann einfach an den Punkt, wo klar ist, okay, so gut das Spiel auch sein mag, ist es einfach, ähm, es sind andere Spiele, neuere Spiele rausgekommen. Ähm, und die Herden wandern weiter, ja. Das Gras ist woanders immer grüner und saftiger. Und, äh, weil es das so, weil das so ist, äh, gibt es dann irgendwann Spiele Schwund. Da kann zum Beispiel World of Warcraft ein Lied von singen, äh, ein langes und nicht so natürlich glückliches. Aber das ist nun mal einfach der Lauf der Dinge. Ein Spiel hat so seine Lebenszeit. Und wenn man mal von den, von den, ja, von den Hardcore Gamern absieht, vom harten Kern, die sich in so ein Spiel verlieben und da wirklich dabei bleiben, gibt es halt einfach, ich würde sagen, geschmeidig 70%, ja. Das ist halt mal eine grobe Schätzung meinerseits. Aber 70% aller Spiele in MMOs sind Herdentiere, die weiterziehen. Ne, das sind Gelegenheitsspiele, die gucken sich ein Spiel mal an. Ist eine Zeit lang ganz witzig, aber irgendwann zocken sie und so weiter. Das, da muss man dann entweder DLCs oder Add-ons raushauen und keine Ahnung, was für Gedönsigkeiten, aber das ist, das zögert nur das Unvermeidliche hinaus. Und, äh, früher oder später kommen sie dann an den Punkt und müssen, dann entweder Free-to-Play werden, das zieht dann wieder Gelegenheitsspieler bei, die vorher noch keine Gelegenheit hatten, reinzugucken, weil sie sich gesagt haben, nö, es gibt so viele gute Free-to-Play-Spiele, warum zum Geierst will ich bezahlen? Ja, ich, ich, ich will das jetzt gar nicht großartig irgendwie bewerten oder so. Das ist einfach so eine objektive Betrachtung meinerseits. Ihr dürft euch da gern mit mir dazu diskutieren, ja, entweder mit dem Frakta Games Archive, also mit dem Frakta Forum, oder von mir auch auf der YouTube-Seite, das ist mir, ja. So, auf jeden Fall habe ich das in gewisser Weise kommen sehen. Das ist ein wirklich schönes Spiel, aber ich denke, nach einer gewissen Zeit ist klar, dass die Spielerzahlen dann auf dem Papier deutlich so sagen, ja, pass mal auf, wir brauchen mehr Leute mit Mikrotransaktionen, lässt sich langfristig einfach mehr Kohle verdienen oder ein stabileres Einkommen auf einem vielleicht niedrigeren Niveau als Abo, aber dafür, ja, dadurch die Lebenszeit des Spiels hält dafür länger vor. Das sieht man ganz schön bei Spielen, die teilweise schon sehr, sehr lange draußen sind, aber immer noch im Laufen sind, immer noch einen relativ festen Kern von Spielern an sich binden und offensichtlich immer noch genug Geld abwerfen, dass es sich lohnt, die Surfer weiterlaufen zu lassen, um von Zeit zu Zeit einen Patch zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind wieder in Wildstar, jetzt heißt es in Wildstar reloaded, ja, mhm, mhm, alte Alienziege. Und jetzt ist mein Charakter weg. Das ist jetzt ein Jahr her, da ich letztes Mal hier war, jetzt ist der Charakter weg. Ja, ist so, ist ja kein großes Gedöns. Ich hätte jetzt natürlich, ich habe, also was heißt ja, ich hätte das, ich habe es tatsächlich überlegt, zu sagen, okay, ich mache so einen Charakter wieder, wie ich da ihn gemacht hatte, ich laufe einfach bis zu der Stelle, wo ich war und dann zack, Video rein und dann, ja, machen wir da weiter, aber ich denke, ähm, also, das ist noch nicht vom Tisch, aber ich habe mir gedacht, ich will wenigstens den Anfang aufnehmen, weil ich, wie ich gerade eben nämlich neuen Charakter stellen gedrückt habe, pass auf, warte, ja, hm, machen wir mal so. Ich finde es nämlich persönlich sehr schön mit der Arsche am Anfang. Ja. Das hier ist anders. Also, ich habe, ich habe mich nicht daran erinnert, ja, sorry, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, sonst hätte ich nicht das studieren können, weil ich studiert habe, ähm, aber, ganz ehrlich, nicht mal, ich weiß nach einem Jahr noch, wie die Charaktergenerierung bei irgendeinem Spiel war, so gut, weil es da meiner Meinung nach auch ist, äh, ich habe es nicht mehr gewusst, also habe ich gerade eben mein eigenes Video angeguckt. Ich habe mich kurz gegruselt, wegen der Tonqualität, gebe ich ehrlich zu, damals hatte ich ja noch so ein, ich hatte, glaube ich, schon mein zweites Mikro, nicht mehr das ganz schlimme Headset-Mikrofon, von ganz am Anfang, aber das erste, äh, Stand-Mikrofon, das ich mir gekauft hatte, das ich, was ich letztlich, finde ich, immer noch als extrem beschissene Qualität herausgestellt habe, ähm, wie auch immer, auf jeden Fall war, wenn ich das richtig sehe, da die Charakterentwicklung anders, und ich glaube, es gab auch weniger Völker, oder? Weiß ich nicht mehr genau, das weiß ich nicht mehr genau, ich weiß bloß, dass die anders aussehen, das waren irgendwie nur so, so kleine Bilder, und noch nicht so animiertes, äh, Völkchen. So, ähm, das Lustige ist, ach doch, hier, das ist doch ein Kranok, ähm, ich habe nur gerade eben die Mädels quasi angewählt, warum auch immer sind gerade die Mädels angewählt, gut, in Ordnung, ich spiele gerne mit Frauen, hm, ich, ich, immer wieder erkläre ich auch gern, warum, ja, weil ich, äh, ein Mann bin, ein heterosexueller Mann, und wenn ich, äh, eine, ähm, Person, ähm, Spielcharakter ist für mich in gewisser Weise ja eine Person, äh, zugucken muss, wie sie sich irgendwo herumrennt, und 90% aller Spiele hat man keine Ego an sich, sondern man guckt halt von schräg hinten auf die Person drauf, wenn ich das also mache, stundenlang eine Figur zugucken, wie sie herumrennt, dann soll das wenigstens eine hübsche Figur sein, also, die mich ästhetisch anspricht. Ja, und es gibt auch attraktive Männer da, aber auch mal nicht zu diskutieren. Ist aber trotzdem für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich gucke lieber Hübschfrau zu, wie sie irgendwas macht. So, ähm, ich habe gerade kurz Kadassianer gelesen, ich habe gerade was mit der Stirn passiert, äh, eine Kassianerin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz durch, es gibt diese zwei Völkchen, Fraktionen, es gibt die Verbanden und die Dominien. Aha, ich weiß nicht, ich sehe mal nicht mal ganz genau, wie das war. Ja, ich habe, glaube ich, ich habe Verbande, glaube ich, genommen. Ich habe, glaube ich, Verbande genommen. Was ich aber jetzt interessant finden ist. Ja, wie auch immer. So, Geschlecht. Sieht schon ulkig aus, irgendwie. Warte mal. Also, ich muss sagen, die weiblichen Mitglieder des Trakenvolkes sind deutlich, äh, irgendwie intelligenter aus. Also, der sieht aus wie so ein, keine Ahnung. Na, war deine Oma eine Ziege? Ach, der sieht aus wie ein aufgeblasenes Kuscheltier. So, egal. Also, wir nehmen Mädchen, so weit ist klar. Und wir nehmen auch wieder Verbande, die finde ich einfach, ich mag Underdogs. Ja, ich habe immer Underdogs gemocht. Ich nehme auch in dem Fall einen, einfach einen Underdog. Gucken wir mal, nehmen wir einen Aurien. Die sehen aus wie, der Osterhase hat, äh, seine Eier nicht bemalt, aber, naja, ihr wisst mal schon mal, er hat Gene zurückgelassen. Ah, ah, ja, okay. Achso. Das, die Cassianer sind Menschen, bloß das sind Menschen, die, dem Imperium, äh, Quatsch, Dominion treu geblieben sind, und das sind rebellische Menschen. Okay. Mordig. Oh, das ist aber natürlich unangenehm. Den fand ich schon saukool, den, den Typ, den Kranok Mann, den habe ich das letzte Mal genommen, das weiß ich noch. Ich hatte so, so ein Steingolem, so im Stil von Terry Pratchett genommen, das fand ich schon sehr cool. Im Moment tendiere ich aber tatsächlich zu den Menschen, und einen Schützen zu nehmen. Wir nehmen mal das Mädchen. Was kann die eigentlich? Aska, ist bei Meusle, also, ja, alles was die auch kann. Okay, wir nehmen mal die. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, gebe ich ehrlich zu, wollte ich, kurz, äh, wir kriegen die mal an. Die tragen sein Volk von Jägern, hm? Aha, sehr cool. Krieger-Volk. Soziopathisch. Sehr geil. Okay. Ja, nee, ich habe schon recht, weil ich die nehmen. Wer ist soziopathische Kuscheltiere? Nee, das ist schon noch ganz so. So, klasse. Wir haben Tag-Pionier. Waffe mit Schrotflinten, finde ich das sofort sympathisch. Und einer kleinen Bot-Armee, hm? Ein Mann-Armee. Taktische Zerstörung. Ihr wisst, wie ihr mich überzeugen könntet, aber warum hat die Frau irgendwie, ach, die hat einen Hotpants. Okay. Esper. Aha. Äh, ja, so Priesterklasse. Äh, Sunny. Also, das sind scheinbar Buffer. Die können heilen, aber das ist halt nichts für mich. So, Arkan-Schützer. Wolf-Helden. Oh, jetzt bin ich schon überlegt, Tech-Pionier oder Mäuschler. Äh, nö. Lame. Schwerter. Kanonenarm. Rohgewalt. Hm. Okay. Krieger, Arkan-Schützer oder Tech-Pionier. Ha. Eigentlich finde ich Tech-Pioniere trotzdem am geilsten. Aber das ist wieder so kompliziert, oder, wenn man da seine Bots immer und krempelt. Eigentlich Revolverheld, das ist schon, wenn sie das Wort nicht reingeschrieben hätten, sondern hätten sie geschrieben, Scharfschützen oder sowas, das hätte mich irgendwie abgeschreckt. Aber da Revolverheld reinzuschreiben, Hallo, ich lieb Firefly. Ja, ihr liebt es auch, oder? Jetzt will ich jetzt keine Widerworte hören. Jeder liebt Firefly. Das gibt es überhaupt nicht, dass jemand das nicht mag. Großartige Serie. Eine Staffel abgesetzt von einem total unfähigen, bescheuerten Kacksender. Fox. Fluch auf deinen Namen. Fluch. So. Ähm, immerhin gab es noch einen Film. Serenity. Ähm, weil, so heißt der Schiff. Firefly ist die klasse, das Schiff als Serenity. Egal. So, und, ähm, das hat das verbunden, ja, den Western-Style mit China-Einflussen plus Weltraum. Großartig. Ganz großartig. Viel besser auch als dieser sehr seltsame Film Cowboys und Aliens, den ich sehr, sehr, sehr seltsam und nicht wirklich toll fand. Ich fand, ich hab nacheinander so gedacht, so, das war für den einen oder anderen bekannten Schauspieler, der dabei war, fast so ein, so ein Schuss ins Knie wie damals die Liga der, ähm, ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Gentleman für den, äh, guten Sean Connery. Das war auch eher ein Griff ins Klo. Ja. Der Film wäre nicht schlecht gewesen, wenn er noch zwei Stunden länger gewesen wäre, dann wäre die Story vielleicht nicht ganz so seltsam zusammengestüttelnd Fastball gewesen. Ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde als Director's Cut ist mir dann auch wurscht. So, ach so, Revolver, ach komm, wir nehmen irgendwie, wir nehmen eine Revolvertante, das ist doch einfach cool. So, weiter zur Fahrt. Hm, Kundschafter? Äh, naja, lass mal stecken, Wissenschaftler. Ein wissenschaftlicher Revolverheld finde ich großartig in Vorstellung. Ha, Siedler. Sie können verteidigen und anslagen oder öffentlichen Dienst. Aha, Soldat! Bekämpfung, vernehmen Sie mich, die Gegner töten. Neue Waffensystem, Test neue Gebieter schließen. Ob Sie ein Verbündete? Hm. Das Spiel macht mich gerade fertig. Ja, wir nehmen Soldat. Komm, ich bin ein, ich bin einfacher Mensch, einfache Freuden, erfreuen mich, ja. So, äh, Wurst, bevorzugte Freundstellung. Bevorzugte Freundstellung 2, alles zufällig, Charakter, Gesichtsart. Ah, das Mädchen wird gemacht. Gesichtsart. Ich finde diese am sympathischsten, die sieht nicht dümmlich aus, aber auch nicht heimtückisch. Nö, die finde ich am besten. So, Gesicht anpassen? ist not not. Frisur, die Frisur ist halt gar nichts. Das ist ja, wer hat denn das gemacht? Irgendwie ist es ja grausam. Ah, sexy. Einfach schöne, glatte, äh, glatt, aber so schön, lang, ne? Boah. Da kann man ja nichts sehen, wie will man was treffe. Ist ja genauso schlimm. Das sieht man ja überhaupt nichts. Wie will man Gegner treffe? Sorry, das sieht nach Porno-Darstellerin aus. Jetzt nix gegen Porno-Darstellerinnen, aber... Alter, was ist das denn? Da fehlt ja nur eine Kaugummi-Blase. Die Arbeit bestimmt neben deiner Feuer. Alter! Ist da irgendwie hier die, 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 hier diese, diese Trockenhaube bei der Dauerwelle explodiert? Ah. Okay. Ahem. Wir machen das ganz einfach. Einfach ist es manchmal das Beste. Haarfarbe. Ja, das sieht... Oh, na, 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 na auch die ist ja nett die trägt ja schmuck die sieht nicht aus dem entzieht zu zwei riesige kanonen baller zahle weg das ist gar kein schmuck oder was ja aber weniger ist manchmal mehr oder will ja den gegner nicht waren dem es klimpert und klappert wie ihm wie so ein geschirr lade der schraube durchs ohr stecker hallo also ja hier wobei das eigentlich schon wieder cool aussieht schräg aber cool ach du bist ja das ist okay so kann man bau der muss liegen der zeitgeber knall halten könne wenn sie zu dick kann seine gerade ausrennen ist auch schlecht ja nie ist okay oder ich bin so verschossen in deine sommer ich soll nicht singe naran hat immer gesagt monty singt bloß nicht hat er recht ich kann jetzt singe ich mach das auch besser ja das passt aber besser zu der haute dings gut alles klar weiter vorname wir nennen sie mieter weil großartige tradition die es mittlerweile gegeben hat mieter und dann in der stunde ihrer größten not entdeckten sie den planeten nexus die legendäre heimatwelt der vor langer zeit aus der galaxis entschwundenen eldern erschöpft aber voller neuer hoffnung machten die verbanden ihre veralteten sternenschiffe klar für eine letzte reise nach nexus und das ist der moment an dem ihr wahres abenteuer beginnt bin ich eigentlich der einsteller die ganze zeit an den schatzplanet denken muss und bei der grafik denke ich jedes mal torchlight was beides gute assoziation sind schöner film gutes spiel spezies mensch geburtsort die flotte der verbanden grüße die weltraumarche hasardeur ist im nexus system angekommen doch deine cryo kapsel scheint einen technischen defekt aufzuweisen hallo du bist irgendwie anders besonders aber ich brauche deine hilfe nexus wirkt viele geheimnisse und wenn die zeit gekommen ist werde ich sie dir zeigen dieser fehler war ungewöhnlich unstimmigkeit bei extraktionsprotokollen der cryo kapsel aufgetreten datendefekt möglich dein langer flug scheint jedoch vorbei verbande willkommen im neuen zu hause es tut mir leid unser letzter sprung ins nexus system hat den reaktor in diesem bereich überhitzt dieses schiff ist mehr als 300 jahre alt findet einfach die verdammte cryo kapsel sie muss sie irgendwo sein sadie bradland ich kenne den namen ist nämlich einfach das auge jetzt hör auf zu nörgeln und hol meine frau aus dem kälte schlaf interne sensoren sind ausgefallen die datensätze sind unzuverlässig da ich hab sie gefunden eine funktionierende kasse bergungssysteme angestattet magnet halterungen gelöst gut für dich du hast sie gefunden hey hey pass auf tut mir leid die hydraulik ist undicht moment die datensätze waren falsch das ist sie nicht sie ist in einem anderen silo na gut wie noch immer du da gerade aufgeweckt hast er wird uns helfen sie zu finden die animation fast fertig alle lebenszeichen stabil in ordnung wir brauchen jeden verbanden der noch auf den beinen steht ich finde das ein wirklich großartiger anfang ich bitte nicht gern um hilfe aber ich hab verdammt noch mal keine wahl ich gebe dir deckung erledige das so aber jetzt kommen wir an den anderen punkt wo ich mir ganz sicher bin weiter spielen alles mit aufnehmen jetzt auch den anfang noch mal oder falls ich das nicht geändert haben sollte der anfang der arsche werde ich die arsche durchspielen ohne euch weil ich das ja schon mal gemacht habe und ich gehe dann einfach an den punkt wo es letzte mal war und da wieder ein also da wo man eigentlich davor ist auf den planet runter zu gehen das werde ich mir jetzt anschauen aber wie gesagt das ist der neu anfang ja passend irgendwie zu wildster und reloaded wir sehen uns hier wieder so oder so ich wünsche euch was macht es gut bis bald tschö wir sehen uns hier